Wurde der Spitzenkandidat der AfD von China gekauft? Ich dachte ja immer, die AfD wird von Putin und Nazi-Milliardären finanziert. Kennt ihr Maximilian Krah? Der ist Mitglied der AfD und Spitzenkandidat der Partei für den Europawahlkampf. Und dieses TikTok-Video ist von ihm. Echte Männer sind rechts. Dann klappt es auch mit der Freude. Er lehnt den Begriff konservativ für sich und die AfD ab. Er bezeichnet sich lieber klar als rechts. Er fiel auch wiederholt durch China-freundliche Videos und Verteidigungen auf. Eine Recherche von T-Online hat jetzt herausgefunden, wieso. Krah wurde wohl von China bezahlt. Krah hat den Anstoß für ein deutsch-chinesisches Lobby-Netzwerk gegeben. Ein enger Vertrauter orchestrierte es direkt aus Krahs Abgeordnetenbüro in Brüssel und loste Politiker in den Einparteienstaat. Zeitgleich floss über das Netzwerk Geld aus China in Richtung des Vertrauten. Es gibt Hinweise auf Verbindungen zum chinesischen Staat. Tja, all das wirkt als verbreite Krah nicht nur Rechte, sondern auch chinesische Propaganda gegen Geld. Und da fragt man sich schon.